Was geht YouTube und herzlich willkommen endlich zu diesem Video, man ich warte da jetzt schon so lange drauf. Wir gucken uns jetzt gleich gemeinsam den Multiplayer Reveal Trailer an und vielleicht auch ein paar Gameplays von den deutschen Jungs, die rüber geflogen sind. Kurz eine Sache, einige haben mich gefragt, ob ich gar nicht nach Los Angeles eingeladen war. Doch war ich, aber es hat sich für mich nicht so wirklich gelohnt für diese 12 Stunden, die man dann da gefühlt was cooles macht, 2x13 Stunden zu fliegen. Und deswegen habe ich mich dieses Jahr dagegen entschieden, ich war ja schon zweimal drüben, wie ihr wahrscheinlich noch wisst, aber so ist es halt. Bevor das Video losgeht, 2 ganz kurze Ankündigungen und zwar, für eine muss ich kurz Werbung einblenden. Morgen kommt mein neues SCUF, also mein eigener neuer SCUF Controller raus, der hat sich jetzt komplett verändert und morgen lade ich ein Video hoch, wie Anton mir den gebracht hat. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, richtig cool, also morgen um 18 Uhr auf jeden Fall einschalten Freunde, da werdet ihr meinen neuen SCUF Controller sehen und der wird auch ab morgen zu verkaufen sein Freunde. Zu kaufen, wahrscheinlich aus eurer Sicht eher. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich habe so Bock den Trailer jetzt zu schauen. Und noch eine Ankündigung, das ist jetzt nochmal deutlich krasser. Und zwar habe ich mir einen großen Traum erfüllt und zwar habe ich eine eigene E-Sports Organisation gegründet. Sie heißt Animosity, das ist aber nicht so wie die alten Projekte mit Teams, wie zum Beispiel bei Verizon oder so, wo das dann quasi so im Sande verlaufen ist, sondern ich habe zwei wirklich gute Geschäftspartner. Wir machen das richtig vernünftig, wir wollen deutschen E-Sports voranbringen. Also checkt gerne mal den Link in der Videobeschreibung. Erste Ankündigung kann ich jetzt auch schon sagen. Wir schicken das deutsche COD-Team, was sich für die WM qualifiziert hat, für COD Champs in ein paar Wochen, das schicken wir rüber unter unserem Namen. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, wir werden natürlich noch ganz andere Games machen. Wir wollen, das wird jetzt auch nicht so nach einem Jahr vorbei sein oder so, sondern ich habe mir Geschäftspartner geholt, das sind Profis, da wird nichts nach einem Jahr vorbei sein. Das ist nicht irgendeine Kinderkacke oder so. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr es vorbei checkt. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und wie gesagt, das SCAV-Reveal kommt morgen und ich freue mich da schon drauf. Ihr könnt mir auch gerne vorschlagen, welche Spiele und welche Spieler ihr euch so bei uns in der Orga wünschen würdet. Wie gesagt, das wird auch mit Knete im Spiel sein. Also da wird was Vernünftiges zustande sein. Nicht mehr irgendwie so ein Kack. So Freunde, und jetzt ist es soweit. Ich kann Werbung endlich ausblenden, gar keinen Bock mehr drauf und wir können rüber switchen. Und jetzt müsste das Ding eigentlich schon online sein. Das ist jetzt zwei Minuten nach. Ah, hier eine Premiere ist das. Ah, ne, eine Premiere will ich aber nicht. Ne, 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 das gefällt mir nicht. Denn ich möchte gerne das Ganze, Moment, ich muss mal kurz, hier fällt mir gerade auf. Hier mein Sound mal ein, dann nicht, dass ich hier nichts höre gleich, das wäre es ja noch. Äh, ich will, warte mal, kann man zurückspulen in der Premiere? Ah ja, kann man, perfekt, okay. So. Ein bisschen Sound wollen wir natürlich haben. Wo ging es los? Hier. Multiplayer Reveal. Na gut, ich bin gespannt. So. Modern Warfare, das kennen wir schon bis hierhin. Hubschrauber, das habe ich auch schon gesehen, dass man mit Hubschraubern auf die Map kommt am Anfang der Runden. Finde ich auch ganz nice. Okay, das ist neu. Äh, man kann Türen anscheinend öffnen. Und man kann dann durch so einen Spalt einer Tür eine Flashbang werfen. Das erinnert mich ein bisschen eher an Rainbow Six, um ehrlich zu sein. Die Maps sind schon krass modern Warfare-Style. Okay, Nachtsichtgerät, da vorne fährt ein AGR. Einfach mal Metallica Soundtrack im Hintergrund. Kann man sich auch mal gönnen. Okay, das ist jetzt der Rundenstart. Die Map gefällt mir schon mal vom Optischen. Okay. Okay, Waffensound ist... Okay, das sieht schon krass aus. Okay, so eine Drohne haben wir am Start, mit der wir wahrscheinlich beobachten können, was die Gegner machen. Also der Recoil der Waffen ist ziemlich stark, kann es sein. Die Waffen haben ziemlich, ziemlich krassen Recoil. Battlefield-mäßig. Boah, ich hoffe, dass es jetzt aber COD-mäßig weitergeht. Okay, so zwei Visiere, das gibt es schon länger, Hybrid-Visier. Noob-Tube, perfekt. Typisch Modern Warfare, da sind wir wieder. Spaß. Raketenwerfer, oder was ist das? Die Map gefällt mir aber gut. So eine Brücke, das sieht geil aus. Also wenn die Maps jetzt auch so Operation... heißen, das erinnert mich auch ein bisschen an Battlefield. Nachtsichtgerät, wie gesagt. Um die Ecke lehnen. In Ghost hatten wir auch alle Angst, letztendlich hat sich keiner um die Ecken gelehnt. Also hoffen wir mal, dass es so bleibt. Das war eine coole Szene. Juggernaut. Das Lied ist so geil, man. Enter Sand, man. Okay, der Juggernaut ballert den Heli weg. Alter, okay. Rage stand da, habt ihr gesehen? Das fällt mir natürlich sofort auf. Okay, Shotgun bitte nicht zu overpowered machen. Und Freunde, bitte beruhigt euch. Bitte nicht die Shotgun zu overpowered machen. Das Ding ist, das ist halt alles relativ cinematic. Ich würde gerne so ein bisschen Gameplay sehen, aber das können wir ja sonst gleich auch nochmal nachholen, wie gesagt. Okay. Predator? Ne, das war eine Javelin. Okay, jetzt kommt die Sniper. Revolver ist am Start. Geil. S-Mine. Hm. Payflow? Das ist gut. Eine Nuke. Das ist crazy. So. Okay, am 12. September fängt die Beta an. Gut, ich wollte da eigentlich in Urlaub. Ist dann jetzt in dieser Sekunde gerade gestrichen worden. Early Access beginnt 12. September. Okay. Am 12. September beginnt die Beta. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ah, okay. Und dann wird jetzt hier anscheinend noch ein bisschen gesprochen. Okay, das juckt mich jetzt aber nicht, dieses Gelaber. Ich will Gameplay sehen. Ich gucke mal bei Raptor. Da weiß ich, dass er was hochgeladen hat. Raptor? Yo, Leute. Was? Ah, ist noch nicht online wahrscheinlich. Doch, hier. Alle Modern Warfare-Informationen. Yo, Leute. Was ist gelaber? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute gibt es das allererst... Okay, wir hören mal ein bisschen rein hier. Hier auf meinem Kanal, Leute. Ich bin super, super gehypt. Ich habe mir jetzt Raptor ausgesucht, weil ich ihn gerne unterstütze. Und außerdem Raptor ein guter Spieler ist. Ich habe es jetzt hier bekommen, um es vorwegzunehmen. Ich wurde hier von Activision eingeladen nach Los Angeles, Leute. Das erste Mal. Ja, okay. Man sieht mal wieder, dass wir... Man durfte mal wieder nicht in höchster Qualität aufnehmen irgendwie. Okay. Okay. Und für euch das Material, was ihr jetzt im Hintergrund seht. Okay. Ich mache mal sein Commentary aus. Okay. Er spielt hier anscheinend Herrschaft. Man kann sliden. Die Map erinnert mich ein bisschen an Freight aus Ghosts. Nur, dass es halt kein Schnee liegt. Okay. Grafik ist zum Glück nicht so... Okay. Das sieht... Das sah schon mal gut aus. Plünderer und so. Das sieht schon mal... Das gefällt mir bis jetzt. Digga. Wo ist die Minimap? Wo ist die Minimap? Okay. Er hat Personal Radar. Und jetzt kriegt er die Minimap. Okay. Die sieht aber geil aus, finde ich. Sag jetzt... Man wird keine Minimap haben. Man wird keine Minimap haben. Außer man aktiviert das. Das gibt es doch nicht. Dem Handy aus. Das heißt, don't judge. Wenn die Audioqualität vielleicht nicht ganz so gut ist. Aber ich denke, das sollte dann doch genügen. Anders geht es jetzt leider gerade nicht. Genießt das Gameplay auf jeden Fall im Hintergrund. Weil das ist heute das Wichtigste. Deswegen gibt es auch keine Facecam oder so. Ihr sollt einfach... Und ein bisschen wie diese Raketenmap in BO1. Ich werde euch ein paar Fakten sagen. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, was ich euch im ersten Video sah. MP7 lag da. Oha, geil. Wenn ihr wisst, habe ich natürlich mehr gecaptured als das, was ihr heute sehen werdet. Das heißt, es wird am nächsten Tag auch auf jeden Fall MB-Gameplay geben. Das heißt, die Leute... Oh, der Recoil. Unlucky. Unlucky. Okay, also... Recoil sah gerade heftig aus. Und oben sind jetzt die Himmelsrichtungen. Das erinnert mich ein bisschen so an Battle Royale-Spiele. Ja, erster Eindruck gerade noch relativ schwierig, finde ich. Also okay, die Kills, das sieht geil aus, dass es auch in Gelb da steht. Das feiere ich, dass es endlich mal wieder ein bisschen in no face ist. Weil es wurde ja immer unspektakulärer, wie der Kill angezeigt wurde. Teilweise hat man es ja gar nicht mehr richtig gesehen. Bei WW2 war das zum Beispiel sehr merkwürdig. Und... Boah, Alter. Eine AK lag da. Eine AK-74U, glaube ich. Okay. Es ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich würde es ja auch auf jeden Fall nicht gut reden wollen, dass die Minimap nicht da ist. Ah, okay. Also er redet auch gerade über dieses Minimap-Thema. Ach, das... Mann, das ist doch eine Änderung. Spart euch das doch. Mann, ihr könnt doch so viel ändern. Ich bin eigentlich der Typ, der, ihr wisst, ich hype immer eigentlich. Ähm, weil ich einfach so ein gehypbarer Typ auch bin. Und ich finde auch nicht, dass es scheiße aussieht. Das Spiel, okay, man kann Türen auf und zu machen, hat man da gerade wieder gesehen. Das ist halt ein Element, das war vorher auch nicht extrem oder gar nicht. Doch, es ist echt wie Freight, die Map. Ähm, aber dieses Minimap wegnehmen, das muss doch nicht sein, wie schnell der Typ down war. Ah, nice Szene hier. Jetzt ist das Radar wieder weg und jetzt... Hat das nicht gerade freigeschaltet, das Radar? Okay, versuchst du nochmal hier die Kills zu holen. Okay, die Waffe killt ja krank schnell, Alter. Aber es sieht doch nicht... Also das Gameplay an sich sieht doch wie COD aus, finde ich. Da habe ich Angst gehabt erst, dass das Gameplay gar nicht mehr wie COD aussieht. Das muss ich ihnen lassen. Aber die Minimap, Mann... Ey, lass doch die Minimap an. Dann gibt es hier schon ein paar Kommentare hier drunter. Ja, okay, das ist halt immer das Gleiche hier. Diese Kommentare hat für mich nichts was mit COD zu tun und das ist ja immer wieder dasselbe irgendwie. Auch der wichtigste Punkt, ich kann euch nur sagen, lasst euch davon... Gucken wir noch ein bisschen weiter, gucken wir mal bei Funtou rein. Achso, da hat er hier einfach... Ah, okay, doch, hier. Okay. Och, nö. Boah, die Waffen finde ich geil. Der Waffensound auch. Radar. Das ist echt wie Freight. Das ist doch Freight. Boah, das ist geil, die MP7. Ich bin aufgenommen in L.A. Ich bin auch gerade in L.A. und ich wurde eben von Activision eingeladen. Die haben das Hotel gespielt, das Gameplay erspielen wollen. Dementsprechend schmitzen alle ein bisschen rein. Ja, glaub ihr Leute, auf diesen Events zu spielen ist so anstrengend. Ey, da musst du so um deine Familien Ehre sweaten. Da wurde ich schon von Ali A. weggesnipet. Hab gegen Elotrix Gunfights gehabt. Alles gemischt. Elotrix ist komplett ausgerastet einmal bei AW. Das sind erste Eindrücke. Das muss man auch dazu sagen. Einfach weil man natürlich nicht ewig spielen kann. Aber ich werde trotzdem möglichst gut zusammenfassen, wie ich das Game bis jetzt finde und was mir nicht so gut gefällt und was mir gut gefällt. Und ja, wir fangen erstmal mit dem Negativen an. Und das ist ein Thema, was jetzt schon auf Twitter rund ging. Kann man vielleicht sagen, und zwar die fehlende Minimap. Och Mann. Was wirklich fehlt, wie man im Hintergrund sehen kann. Mann, hört doch auf mit sowas. Warum ändert man das? Ändert doch alles von mir aus. Das Game sieht nicht mal schlecht aus. Ich dachte, es sieht viel mehr mit Motion Blur aus. Sieht cool aus. Es sieht nicht scheiße aus. Es sieht aus wie COD beim Rumlaufen. Das war mir wichtig. Aber ey, hört doch mal auf mit Minimap wegnehmen, Alter. Mann. Lustigerweise gibt es jetzt dann zwei Drohnen, um das vielleicht so ein bisschen auszugleichen. Und zwar gibt es einmal eine Drohne, die man bekommt mit drei Kills, die nur für einen selber zählt. Das heißt, wenn man die aktiviert, hat man selber die Minimap. Ach, die hat man immer dabei, oder was? Teammates von einem aber nicht. Und mit vier Kills gibt es dann die ganz normale Drohne, die so funktioniert, wie man eine Drohne kennt aus anderen Call of Duty's. Das heißt, man selber kann sehen, wo die Gegner sind. Die Teammates können sehen, wo die Gegner sind. Und alle haben eben eine Minimap. Okay, wenn man mit ein paar Leuten zusammenspielt, dann packt man sich am besten beide Drohnen ein. Dann wird das auch okay sein. Ja, okay, ich beruhige mich schon. Aber finde ich, ist eine komische Änderung. Weiß ich nicht. Vom Gameplay sieht es aber geil aus, dass es solche Waffen gibt. Gefällt mir. Das Klassenmenü dürfen die halt noch nicht zeigen. Das kenne ich von den Events. Das heißt, da sieht man noch nicht so viel. Aber wie die Kills aussehen, das gefällt mir super. Okay, die Waffe hat mehr Recall als, keine Ahnung. Und das, das waren jetzt die, ja, okay, Care Package. Gucken wir mal, was da drin ist. Das interessiert mich, was es so für Streaks gibt. Ein paar wurden ja schon geleakt, auch auf Twitter ein paar Streaks. Gucken wir doch mal, was da drin ist jetzt. Also, Gameplay sieht besser aus, als ich gedacht habe. Aber das mit der Minimap, das muss nicht sein. Was hat er jetzt für eine Killstreak bekommen? Ach, da rechts sind die Streaks, hier in diesem Bereich. Ah, okay, verstehe. Das ist jetzt wahrscheinlich so ein Blitzschlag. Okay, das heißt, er hat hier diese persönliche Drohne, hier wahrscheinlich die andere Drohne und hier eine dritte Streak. So stelle ich mir das jetzt gerade mal vor. Schöner Kill hier. Okay, man heilt sich automatisch. Oh, das ist sehr gut. Das gefällt mir. Gott sei Dank, ey. Dieses Spritze geben, das musste auch nicht sein. Das musste auch nicht sein. Das gefällt mir besser. Man hat 100 Leben, ne? Glaube ich. Okay. Crazy, ey. Gut. Ich würde sagen, guckt euch einfach mal die Videos von den Jungs an. Da werdet ihr wahrscheinlich noch ein paar Infos holen. Ich werde mir die jetzt auch nochmal reinziehen. Und, äh. Ja, Freunde. Sehen wir uns im nächsten Video morgen wieder. Haut rein. Bis dahin. Und ciao, ciao, Freunde. Wir sehen uns. Wir sehen uns.